Yo, liebe Scott, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, denn der Papa, der ist es. Schön, dass du einschaltest. Ich habe heute nämlich für dich zwei Wundertüten und fünf oder sechs garantierte Team-of-the-Week-Packs. Also im letzten Video haben die Wundertüten leider nicht so gut gegönnt, deswegen dachte ich mir, hey, so kann ich es nicht stehen lassen, wir machen noch mal ein paar. Und zusätzlich haben wir hier auch noch garantierte Team-of-the-Week-Spieler. Also ich habe jetzt nicht große Erwartungen, aber man weiß ja nie, kann immer was passieren. Ganz kurz noch meine Meinung zu den ICAN-SPCs, Freunde. Ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass EA die größten Metakarten droppt, aber ein bisschen mehr hätte schon kommen können. Fernando Torres ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt spielbar. Spielbar schon, aber eher was für die Fanboys. Wenn man ein Torres-Fan war, da kann man mitnehmen, aber sonst, wenn man auf Erfolg in der Weekend-League ausgeht, dann nicht unbedingt. Aber man muss ja nicht immer alles auf Erfolg basieren, man kann ja auch mal aus Spaß spielen. Die Barnes-OK-Werte, aber ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Und Hierro, da gibt es 10 Goldspieler, die schon besser sind. Also ist nicht unbedingt wert. Also allein, wenn ich hier an Van Dijk denke. Also nicht unbedingt so gut. Habt ihr ein Icon von denen abgeschlossen? Schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich euch schimpfen kann. So, dann würde ich sagen, bauen wir unsere Tüte rein hier. Ich habe für die SPC gekauft. Einmal Verratti und einmal Alberto. Also ungefähr 30, 40 habe ich ausgegeben. Aktuell der Markt ziemlich hoch, aber mein Gott, die Wundertüte nicht abschließen, würde ja mal gar nicht gehen. Deswegen geben wir das Ganze ab. Ja, ich will das abgeben, ich bin mir sicher. Ja, weg damit. So, Foot Freeze Wundertüte. So, ich erwarte nicht wirklich viel. Ich erwarte aber auch nicht wenig. Es gibt geile Karten zum Ziehen. Sanchez, Road to the Final, würde ich nicht Nein sagen. Die letzten Wundertüten waren echt nicht gut. Also, auf ein besseres und dann würde ich sagen, let's go. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Das ist nochmal ein Walkout, Alter. Oh, sie ist so cool. Sie ist so cool. Ich kann nicht so laut sein. Ich kann nicht so laut sein. Es ist nachts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sissoko. Richtig, richtig nice. Das hat sich mal gelohnt. Was ist der Wert? Eine Million? Digga, das hat sich richtig gelohnt. Alter Vater. Tut mir leid, ich kann nicht laut sein. Es ist 4 Uhr morgens. Ich muss da aufpassen. Digga, Sissoko. Das erste Mal, dass ich richtig Glück habe aus so einer Wundertüte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, den nehme ich auf jeden Fall mit. Alter Vater. 900.000 Münzen habe ich plus gemacht. Freunde, der Mann kostet sage und schreibe 950.000 Münzen. Ey. Besser geht's nicht. Dann würde ich sagen, mach mal weiter mit den nächsten Packs. Freunde der Sonne, so kann es weitergehen. Wir machen das zweite Wundertütenpack auf. Auf meinem Zweitaccount. Also, hier habe ich alles ercraftet. Hier ist nichts gekauft. Alles durch die 80 plus Player Packs. Beziehungsweise die 81 plus Upgrades. Also, nichts davon ist gekauft. Wir geben das Ganze mal ab. Jetzt kann ich eigentlich schon offiziell von mir behaupten, dass ich ein bisschen Päcklack habe. Und ich hoffe, es geht weiter. Der Zug hat keinen Halt. Let's go. Jetzt noch einen Sanchez vielleicht. Auch kein Workout. Aber. Ich habe schon ganz kurz gedacht. Ich habe schon ganz kurz überlegt, Freunde. Ich habe schon ganz kurz das Recht an angefangen. Ja, okay. Okay. Tadic. Tadic vielleicht nicht so lecker. Geht definitiv besser. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren, oder? Wir wollen uns ja nicht beschweren. Nehme ich trotzdem mit. Ajax ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Mannschaft. Vielleicht kommen die irgendwie ins Finale. Aber, okay, mit 70 Pays. Nicht unbedingt das Gelbe. So, Freunde. Wir haben hier noch 5 garantierte Team of the Week Spieler aus der ersten bis zur 12. Woche. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Ronaldo da auch schon dabei war. Aber ich bin mir sicher, dass ein Rashford dabei war. Vielleicht Messi? Kann das sein? Ich lasse mich überraschen. Ich werde wahrscheinlich sowieso nichts Gutes ziehen. Wobei, Päcklack haben wir heute eigentlich. Ich starte jetzt einfach rein. Und ich nehme jetzt einfach mal die Nummer 3. So, mal gucken, ob wir überhaupt ein Walkout bekommen. Okay. Pack Nummer 1 ist schon mal kein Walkout. Samaseku. Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der einen Inform bekommen hat. Die Kollegen unter 84, die guckt man sich eigentlich gar nicht mehr an. Nehmen wir trotzdem mal mit. So, 4 Stück haben wir noch. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Nummer 1. Die Nummer 1 ist immer gut. Die Nummer 1 sein ist immer gut. Auch kein Walkout. War doch nicht so gut. Frankreich. Rechter Verteidiger. Aguilar. Also mit einem Aguilar kann ich jetzt nicht unbedingt was anfangen. Vielleicht kann man die ja noch irgendwie benutzen, um... Nein, kann man nicht. Die sind zum Wegschmeißen. Gut. Nehme ich auch mit. Mir bleibt nichts anderes übrig. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal ganz, ganz geschmeidig... Also mein Gefühl sagt mir... Neh, mein Gefühl sagt mir nichts. Aber ich habe es irgendwie im Urin, dass... Neh, auch nicht. Ich mache jetzt einfach auf Zufall und dann nehme ich das hier. Okay, das ist Zufall. Zufall ist immer gut. Auch kein Walkout. Okay, bis jetzt nicht so lecker. Niederlande. ZM, wer ist das? Ajax. Wer ist das? Klaassen. Okay. Semi-optimal. Auch nicht gut. So, zwei Stück haben wir noch. Vielleicht können wir noch ein Walkout ziehen. Wie gesagt, so ein Rashford wäre nicht schlecht. Und würde ich sagen, nehmen wir diesmal die Nummer zwei. Auch kein Walkout. Okay, wir haben jetzt vier Stück gezogen. Aus vier Packs kein einzigen Walkout. Okay, das waren jetzt rein weiße 81er, Freunde. Ich habe nichts über 81 gezogen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es... Bodesco auch nicht gut. So, letztes Pack. Vielleicht können wir hier nochmal 84 plus oder irgendetwas ziehen. Weil so kann ich das eigentlich nicht stehen lassen. Das ist wirklich schrecklich. Mal gucken. Auch kein Walkout. Aber das ist wirklich Katastrophe. Das ist wirklich richtige Katastrophe. Argentinien. Stürmer. Wer ist das? Keine Ahnung. Wer ist das? Bendetto. Ja, es ist... Mit die Spielbarste jetzt unter allen anderen. Aber auch nicht... Ne. Also, bei aller Liebe. Lass die Finger von den Informpacks. Die sind wirklich nicht zu empfehlen. Wundertüte war nicht schlecht. Also, die Wundertüte war deutlich besser als die Informpacks. Meist eure Coins lieber in die Wundertüte. Also, Wundertüte Nummer 1 war nicht gut. Jetzt aber die zweite Wundertüte, die released worden ist, hat gegönnt. Also, wie gesagt, Freunde. Das Ganze kostet, glaube ich, 76.000 Münzen oder sowas um den Dreh. Es ist eine Weekend-Dick. Dann habt ihr die Münzen wieder drin. Ja, Dibosquad. Sagt mal an, was habt ihr so gezogen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hatte auch ein bisschen Glück. Das bedeutet für mich, die nächsten zwei Jahre wird wieder nichts gezogen. Das ist mein Schicksal. Ich muss damit leben. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war es von mir. Und ja, Dibosquad. Tschö.